So Leute, hallo und herzlich willkommen zum Motion Tracking. Motion Tracking oder Kameratracken und das Ganze in Blender. Ist ein verdammt cooles Thema, da gibt es richtig viel zu tun. Ich möchte euch jetzt aber erstmal einen Überblick geben und die ersten Tracks mit euch nochmal durchgehen und das Ganze auf der Grundlage, dass es wirklich für Komplettanfänger geeignet ist. Das heißt, einige Sachen werde ich separat nochmal erklären, euch zeigen, wo die Begrifflichkeiten sind, wie die sich unterscheiden und wie das Ganze funktioniert. Gut, was ist Motion Tracking oder Kameratracken? Motion Tracking ist wieder ein bisschen allgemein gehalten. Das heißt, ich möchte eine Bewegung tracken, möchte wissen, wo ist die, in welche Richtung geht die. Das Ganze digital festgehalten und dadurch kann ich das Ganze nachbilden, beeinflussen, irgendwas hinzufügen. Beim Kameratracking, das ist schon ein bisschen genauer, das heißt, ich habe irgendwelche Objekte, die ich filme mit einer Kamera und ich möchte nachher die Bewegung der Kamera identifiziert haben. Warum mache ich das Ganze? Das, was die Kamera nachher aufnimmt, ist ja genau das, was der Bildschirm nachher sieht. Das heißt, der Bildschirm steht nachher still und das Bild bewegt sich. Wenn ich aber irgendwas in das Bild einsetzen möchte, irgendwas Dreidimensionales, dann brauche ich das genau umgedreht. Das heißt, das Bild, was ich sehe, soll quasi im 3D-Raum stillstehen bleiben und dafür soll sich die Kamera bewegen. So wie es eigentlich auch in der Realität stattfand. Irgendwelche stillstehenden Objekte und man geht dann selber mit der Kamera durch. Das Ganze möchte man rückwärts reproduzieren und dann ein 3D-Objekt zum Beispiel einfügen. Jetzt kann Blender das Ganze ziemlich gut. Es gibt einmal die Möglichkeit, eben Kamera-Track als solches zu machen. Es gibt Object-Track und es gibt den Tripod-Track. Und jetzt habe ich bei Discord einige Verwirrungen wahrgenommen. Link zum Discord in der Beschreibung, wenn ihr teilnehmen wollt an der Diskussion. Und es ging darum, dass ein paar Leute mit Kamera-Tracking angefangen haben und dann eben diverse Probleme hatten, was ja okay ist. Und hier möchte ich jetzt das Ganze mal ein bisschen verdeutlichen, was eins der Probleme war. Das heißt, ich gehe hier mal in die Kamera rein. Und jetzt kann ich hier einfach mal frei drehen. So zum Beispiel. Und so. Und was euch vielleicht in dem Moment noch nicht ganz klar ist, ist, dass das eigentlich wie ein Foto ist. Wir sehen hier die gerade Fläche vom Cube. Hier auch, aber wir sehen auch etwas von der Seite. Und wenn ich hier das Ganze einmal drehe, dann verändert sich das Ganze gar nicht. Und zwar komplett nicht. Das ist wie ein stillstehendes Bild. Ja. Wenn ich jetzt aber mich zur Seite bewege, dann ändert sich das sehr wohl. Dann sehe ich hier auf einmal auch von dem Cube an der Seite etwas. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Environment Maps super funktionieren. Eine Environment Map, also eine Umgebungsmap oder HDI Map, so kennt ihr sie auch, gibt euch schöne Umgebungsbeleuchtung. Und das sieht immer passrecht und nie verzerrt aus. Liegt nur daran, weil das quasi wie eine Kugel um euch herum ist. Man kann auch so eine HDI Map um eine Kugel legen, sich dann in diese Kugel reinbegeben und kann sich dort frei drehen. Und man wird denken, dass das eine reale Szene ist. Und das ist das, was ihr mit Tripod Tracken in Verbindung bringen solltet. Das heißt, ihr habt eine Kamera, die auf optimaler Weise auf einem Stativ montiert ist. Und dann schaut ihr durch die Kamera und bewegt, dreht diese einfach nur. Dreht diese einfach nur. Okay. Das ist das Ganze. Solange sich das Ganze auf der Stelle dreht und sich keinerlei Perspektive ändert, gibt es auch keine dreidimensionale Tiefe im Ergebnis. Was heißt das? Das heißt, ein Shot, ein Footage, eine Aufnahme, die ihr aufgenommen habt, wo ihr euch auf der Stelle einfach bewegt. Damit werdet ihr nie eine Perspektive tracken können. Das muss auch nicht unbedingt sein. Das Ganze ist nachher einfach als zweidimensionale Bearbeitung zu sehen. Dafür gibt es auch viele Möglichkeiten, wie man das Ganze nutzen kann. Aber wichtig ist, ihr werdet nachher beim Tracken feststellen, ihr bekommt keine Tiefe zusammen oder keine vernünftigen Werte. Dafür gibt es bei Blender die Einstellung Tripod. Das ist das Tripod Tracken. Das Kameratracken, und zwar mit Tiefe, mit Perspektive, lebt genau davon. Das heißt, ihr braucht immer eine seitliche Bewegung. Die kann von links nach rechts gehen. Die kann aber auch genauso nach hinten oder nach vorne gehen. Von hinten nach vorne ist eigentlich genau dasselbe. Meistens ist seitlich einfach besser, weil man scheinbar mehr Tiefe bekommt. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt einen Tripod Track aufnehmen und könnt nachher im Anschluss eine kurze Videosequenz aufnehmen von der Seite. Und wenn ihr Tracker habt, sagen wir mal hier zum Beispiel die Ecke von dem Cube, dann könnt ihr das in dem Tripod Track als Tracker festsetzen und könnt nachher in dem anderen Track, den ihr einfach hinten dran hängt, den Track, den ihr hinten dran hängt, das Footage, könnt ihr dort den Marker, den ihr habt, dort auch hinsetzen. Damit kann Blender umgehen und versteht das auch nach. Dann könnt ihr aus einem Tripod Track auch einen dreidimensionalen Track machen. Aber gut, so kompliziert. Die meisten von euch wollen ganz einfach ein Footage haben, also eine Aufnahme machen, wollen dort dreidimensional ein Objekt reinsetzen. Gut, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich bin in der Früh raus, habe dann zwei Aufnahmen gemacht. Einmal eine Aufnahme wie auf einem Tripod und einmal eine perspektivische. Wenn ich das Ganze jetzt starten will, kann ich hier bei Blender oben auf File New sagen und dann gehe ich auf VFX. So, das Ganze nicht speichern. Und jetzt haben wir hier diese Oberfläche. Man kann erst mal das hier nach oben schieben. Die anderen Fenster sind erst mal nicht so wichtig. Hier oben haben wir dann ein 3D View, wo wir das Ganze nachher betrachten können. Hier haben wir jetzt das Feld, wo das Tracken stattfindet. Wichtig für das ist vielleicht auch, dass ihr genug RAM-Speicher habt, beziehungsweise auch genug RAM freigegeben habt. Dafür könnt ihr oben auf User Preferences gehen und dann auf System und hier bei Video Sequencer dort genug Speicher zur Verfügung stellen. Sind jetzt bei mir roundabout 50 GB, dass ihr da ganz einfach genug Speicher habt. Ich werde jetzt nämlich das Ganze hier reinladen und das ist bei mir ein 4K Footage und dafür ist dann schon super, wenn man ein bisschen Speicherplatz zur Verfügung hat. So, ich werde hier mal das Erste einfach reinziehen und hier haben wir das Ganze. So, dann was machen wir zuerst? Zuerst ist die Frage, wie lang ist das Ganze? Wir sehen jetzt hier 353, kein Problem. Und die Szene muss auf die Länge angepasst werden. Das heißt, Blender rechnet ja standardmäßig immer von 1 bis 250 Frames. Solange ist ganz einfach die aktuelle Szene, das gehört darauf angepasst, kann man dann hier unten manuell eingeben oder man klickt hier ganz einfach auf Set Scene Frames und dann wird das automatisch gemacht. Als nächstes sehen wir hier unten die Farbe, die ist so leicht ausgegraut, wenn ihr das seht. Und hier leuchtet es so ein bisschen auf und wenn wir dann so lang gehen, dann passiert da was. Das ist ganz einfach die Anzeige, dass bei diesen Frames das entsprechende Frame, das entsprechende Bild schon im Speicher vorhanden ist. Und wenn das vorhanden ist, dann geht es auf der Stelle hier komplett schnell, weil es ganz einfach im Rahmen Speicher ist. Und hier halt nicht, da muss er erst reinladen. Um das Ganze einmal voll zu laden, kann man hier auf Prefetch klicken und dann dauert das Ganze ein bisschen, je nach Größe eures Videos. Okay, super, hat bei mir jetzt ungefähr 20 Sekunden gedauert. Jetzt ist das ganze Ding hier voll und ich kann wirklich schön vernünftig arbeiten. Total super. Gut, dann würden wir jetzt eigentlich hier Tracker markieren, reinsetzen. Das kann man mit Ctrl und der linken Maustaste machen. Wir können aber auch vorher erst mal uns das Ganze anschauen. Das ist immer eine gute Idee. Wir sehen hier, das ist der Seitwärts-Track. Das heißt, hier habe ich mich seitlich bewegt. Wichtig ist natürlich auch darauf zu achten, dass das Ganze nicht so sehr ruckelt in der Seitwärtsbewegung. Ist nicht ganz so einfach. Bei mir wird das automatisch vom Handy auch stabilisiert. Ihr habt unter Umständen auch eine Kamera, die einen mechanischen oder digitalen Bildstabilisator drin hat. Vom digitalen würde ich grundsätzlich abraten, weil dort das Bild ein bisschen nachbearbeitet wird und dann kann es Verzerrungen geben, die Blender nachher nicht zurückrechnen kann. Das heißt, was Blender macht, ist zum Beispiel, wenn wir hier beim Track das Fenster angeben, dann haben wir dort jetzt einen Punkt und dann haben wir von irgendeiner anderen Seite noch einen Punkt und daraus rechnet Blender nachher die Bezugsgrößen, wie tief das Ganze im Raum liegt. Wenn das Ganze aber verzerrt wird, dann gibt es da Probleme. Deswegen war ich mir am Anfang auch nicht sicher, ob das mit meiner Handykamera funktioniert. Ich habe nebenbei gesagt, das iPhone 11 und das geht verdammt super. Gott bin ich froh. So, soviel nebenbei. Also möglichst ruhiges Bild ist natürlich am besten, am einfachsten. Man kann aber auch, wenn das Ganze unscharf wird, auch unter Umständen noch tracken. So, hier auf der linken Seite haben wir jetzt bestimmte Bereiche. Hier können wir die Tracker, die wir hier hinzufügen können, zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern mit Control und Lindermaus-Taste, kann man also einen hinzufügen und löschen wieder mit X. Xs löschen bei Blender, ihr kennt das. Das ist wirklich in allen Bereichen ziemlich gleich. Ziemlich coole Sache. So, jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungen. Da haben wir einmal die Größe vom Pattern Size. Das heißt, wenn ich hier nochmal Marker reinklicke, dann ist das hier die Größe. Das sind jetzt 21 Pixeln. Und dann gibt es noch die Search Size. Das heißt, ringsherum ist dann noch ein Viereck. Und in diesem Bereich wird er nach diesem Punkt suchen im nächsten Frame. Das heißt, wenn ich hier mal ein bisschen weiter gehe und er soll jetzt diesen Punkt dort wieder finden, dann geht das nur, wenn es innerhalb dieses Suchbereichs ist. Und den Suchbereich, den kann man sich auch anzeigen lassen. Das ist ein bisschen blöd, weil früher war der standardmäßig eingeblendet und ich habe wieder mal lange suchen müssen, bis ich ihn gefunden habe. Hier auf Clip Display und dann Search. Das ist mich verdammt wichtig. Es gibt einige Tracker, die dann, also einige Tracker, ja. Es gibt einige. Es ist hier die Arten von Trackern normalerweise standardmäßig immer auf Location gestellt. Das heißt, es ist ein Tracker, der bleibt immer gleich groß, der rotiert sich nicht und so weiter und so fort. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Lock-Rot-Scale machen. Das heißt, dieser Tracker kann dann annehmen, dass da eventuell etwas im Bild gedreht wird, zum Beispiel, oder dass ihr näher rangeht und das Ganze größer wird und kann sich damit skalieren und rotieren. Okay. Und das heißt aber nicht immer, dass die Search Area, hier, Search Area, dass die größer wird. Das heißt das nicht unbedingt. Besonders auch ein richtig cooler Tracker, richtig coole Art vom Tracken ist das Affine Tracken. Schauen wir uns das auch mal an. Dort wird Perspektive eingesetzt und dort kommt es sehr häufig dazu, dass die Search Area verlassen wird dabei. Dass der Bereich hier, dieser Tracker, so groß wird, dass der nicht mehr in die Search Area auch reinpasst. Und dafür ist ganz wichtig, dass man die Search Area sieht. Deswegen ist das ein bisschen blöd, dass wir das standardmäßig rausgenommen haben. Ihr könnt dann hier die Search Area größer machen oder kleiner. Und wenn man hier angreift, dann kann man diesen seitlich machen. Braucht man normalerweise nicht. Man kann ihn auch skalieren hier, wenn man den angreift und dann mit Control, kann man auch das Ganze nochmal ein bisschen beeinflussen. Jeder Tracker, der neu hinzugefügt wird, orientiert sich aber immer an diesen Einstellungen hier. Wenn ich jetzt wieder einen neuen hinzufüge, ist er wieder genauso wie vorher. Den aktuellen Tracker, den jetzt hier, kann ich beeinflussen. Hier habe ich euch gezeigt. Die restlichen Sachen von diesem Tracker kann man nicht hier beeinflussen, weil hier nur die neu hinzugefügten beeinflusst werden, die in Zukunft noch hinzugefügt werden. Gott, hoffentlich kriegen wir das grammatikalisch alles richtig hin. Der aktuelle Angewählte wird hier bearbeitet. Ihr seht auch, was der Tracker sieht. Das wird dann hier dargestellt. Und wir können dann bei Tracker Settings, können wir hier die Sachen nochmal verändern. Wir können ihn nachträglich auch zu einem F1 Tracker machen zum Beispiel und verschiedene andere Sachen machen. Wir wollen nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir sind so schon beschäftigt genug jetzt. Gut, also die Pattern-Size und die Search-Area, die muss ich hier nicht unbedingt von vornherein eingeben. Kann ich jederzeit auch machen und dann schauen, wie es läuft. Kann das jederzeit verändern. Sinnvoll ist es normalerweise vorher zu überlegen, was für eine Art von Tracker will ich hinzufügen. Jetzt und standardmäßig, wie gesagt, immer Location. Kann man dann eben hier verändern und jeder neue Tracker ist dann so. So, bestimmte Sachen wie Pre-Pass möchte ich jetzt nicht direkt eingehen und Normalize auch nicht. Wichtig ist, ausprobieren. Wenn es gar nicht funktioniert, Normalize ist so eine Sache, die auf jeden Fall auf die unterschiedlichen, auf wechselnde Helligkeiten gut reagieren kann. Bei Pre-Pass weiß ich es nicht mehr unbedingt, aber es gibt manchmal Schwierigkeiten, dann stellt man es auf Pre-Pass und dann geht es oder geht es halt nicht. Man kann genauso gut auch Farben ausschalten. Normalerweise nehme ich aber immer RGB, bin ich immer sehr gut mit klargekommen. Was auch noch wichtig ist, was hier jetzt schon wieder versteckt wurde, in diesem neuen Art von Design, jetzt ist halt Blender 2.9, glaube ich. Ihr könnt hier die Correlation eingeben. Die anderen Sachen sind nicht so wichtig. Die Correlation ist wichtig. Die Correlation sagt aus, wenn wir hier den Tracker mit G zum Beispiel bewegen. Und jetzt gehen wir ein Bild weiter vor. Das Bild verändert sich natürlich ein bisschen. Das sieht dann nie hundertprozentig gleich aus. Wir sehen auch hier so eine leichte farbige Verschwommenheit. Und je nach Bildqualität kann die halt auch stärker ausfallen. Und die Correlation sagt ganz einfach, wie genau muss das letzte Bild mit dem nächsten Bild zusammenpassen, dass ich sage, Track. Und deswegen ist dieser Faktor nicht ganz unwichtig. Am besten ist natürlich, dass der so hoch wie möglich funktioniert. 0,75 ist jetzt auch nicht gerade viel Übereinstimmung. Also normalerweise schaue ich, dass das Ding auf 0,95 ist immer ein ganz guter Anspruch. Da müsst ihr aber schon ein ganz gutes Bild haben. Und gleichzeitig empfiehlt sich auch dafür, dass sie eben eine gute Kamera hat. Vielleicht. Ich bin mit dem iPhone 11 jetzt sehr zufrieden. Aber ja, ihr wisst schon, Fanboy und so. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Das Ganze ist jetzt hier mit 4K und 60 Frames pro Sekunde aufgenommen. Da geht schon ein bisschen was. Gleichzeitig sind die Sachen dann auch nicht so verschwommen, wenn sie sich bewegen, weil die 60 Frames halt relativ schnell aufgenommen werden. Und dann ist das Ganze relativ klar und deutlich zu sehen. Also mein Tipp da für euch, schaut, dass die so gut wie möglich, so hoch wie möglich vor allen Dingen auch funktioniert. Wenn das Ganze dann nicht mehr geht, dann kann man die natürlich auch absenken. Ihr könnt die auch bei den Tracker-Settings hier jederzeit nochmal nachträglich absenken. So, das sind nochmal die wichtigen Sachen für die Voreinstellung. Und vielleicht tracken wir das Ding ganz einfach gleich. Ich würde das jetzt mit einem Location Tracker würdig machen. Das könnte ich machen. Machen wir das einfach mal. Und dafür brauchen wir die Bedienelemente hier unten. Hier haben wir einmal das Tracken vorwärts, Tracken rückwärts. Das ist auch sehr oft sehr sinnvoll, weil wir sicherlich haben. Wir können hier einen einzelnen Frame nach vorne tracken. Kann ich hier so machen. Ich kann den Rest abschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal ein paar Frames zurückgehe, weil ich sage, das gefällt mir nicht, was ich da jetzt getrackt habe, dann kann ich das hier den Rest nach vorne wegschneiden. Unglaublich coole Funktion. Wenn man eine komplizierte Szene hat zum Tracken, ist die einfach verdammt cool, weil sonst hat man vielleicht irgendwas in die Richtung getrackt und will das loswerden, kann es nicht. So, das sind die wichtigen Elemente an der Stelle. Und natürlich hier noch vor und zurück, dass wir da das Bild bewegen können. Wir wollen natürlich normalerweise irgendwo hier anfangen. Das spricht am Anfang. Wir können aber auch ganz einfach jetzt davon da das Ganze mal machen. Das heißt, jetzt einmal zurück tracken, damit wir alles direkt drauf haben. Das heißt, wir klicken hier. So, und das hat jetzt genau irgendwie eine halbe Sekunde gedauert und er hat jetzt zig Frames gemacht in einem Rutsch. Das ist der Vorteil beim Location Tracker. Da steckt eben nicht so viel dahinter. Der Suchbereich ist relativ klein und dann geht das auch relativ schnell. Ich könnte das Ganze hier auch noch mal wesentlich größer machen. Beziehungsweise muss ich erst auf den Frame gehen. Weil jetzt wäre es im ersten Frame, wo wir den Einser, da, da ziemlich groß. Das wird automatisch gekeyframed, gespeichert, dass bei dem Frame das Ding größer gemacht wurde. Und hier gehe ich jetzt mal, mache das Ganze mal größer und dann tracken wir das Ganze mal und dann sollten wir es sogar verfolgen können. Jetzt ist das Ganze nämlich langsamer, weil ein wesentlich größeren Bildbereich abdecken muss. Und durch die größere Search Area hat er aber auch eventuell das Problem, dass er wirklich woanders hinspringt, wo er vielleicht denkt, das passt eigentlich besser. Eine andere Fensterecke zum Beispiel. Wo man sich dann natürlich dringend von fern halten sollte, wäre hier so ein Stück Dach. Vielleicht sollte man das auch Spaß mal machen. Da mal so eine Ecke hier. Und die gibt es halt verflucht oft. Und dementsprechend machen wir die Search Area größer, damit das vielleicht auch nicht so schnell rennt. Und dann tracken wir da mal zurück. Kriegt er nicht mal einen Frame hin. Das ist jetzt ja vielleicht auch ein bisschen kleiner so. Will er nicht. Da ist die Correlation vielleicht ein bisschen zu groß. Und da ich euch das ja zeigen will, muss ich die hier mal runtersetzen. Jemand, der das nicht kennt, lässt das vielleicht auch auf 0,75. Also machen wir das einfach mal und versuchen es nochmal. Und jetzt sehen wir, springt er eben auf dem kompletten Dach hin und her. Das Dach ist dann eine ganz berühmte Falle. Also das Dach immer am besten meiden, wenn es geht. Was immer ganz gut geht, sind Ecken dann von Kaminen. Könnte man die vielleicht nehmen hier. Und schau, ob wir die hinkriegen. Und zurücktracken. Jetzt haben wir gesehen, der hat uns hier ein bisschen rausgeschleudert, weil das Bild natürlich weiter zur Seite wandert. Lass uns hier mal anschauen. Dafür die Taste L drücken und dann wird das Ganze in der Mitte gelockt. Auch eine total coole Funktion. Es gibt da wirklich, also Blender ist schon fantastisch. Und hier kann man das Ganze jetzt relativ schnell überprüfen. Sieht total sauber aus. Funktioniert in Blender alles wirklich extrem gut. So. Das wäre der Location Tracker. Es gibt noch Sachen, die rotieren. Die sind allerdings eher selten, dass man hier Rotation oder Scale braucht. Und die sind teilweise auch tückisch. Also gerade wenn man vielleicht auf was zugeht oder so, dann werden die ständig von einem Frame zum nächsten größer und kleiner. Sind jetzt nicht das Mittel meiner Wahl, aber ich probiere es jetzt hier mal und nehme mal da ein Logroad Scale und dann verkehre ich den mal vorwärts. Und verdammt geht das gut. Ja. Vielleicht haben sie die auch mittlerweile verbessert. Normalerweise reicht, 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 reicht aber der Location aus. Und was natürlich eine relativ schwierige Sache ist, ist hier am Boden vielleicht. Nehmen wir einfach mal hier, hier haben wir einen ungefähren Bereich. Ja, wir sehen das hier auch in der Darstellung und versuchen das mal zu tracken. Und das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das Ganze. Das funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht mit der Location, weil er hier einfach keinen richtigen Punkt zum Festhalten findet. Das funktioniert nicht. Was da sehr gut funktioniert, ist der F1 Tracker. Stellen wir den mal ein. Beziehungsweise das ist ja für die nächsten Tracks. Wir müssen das hier einstellen. Können wir jetzt einfach hier on the fly auf F1 umstellen. Den mache ich normalerweise auch ein bisschen größer. Man kann den F1 Tracker sich so vorstellen, dass der am besten funktioniert überall, wo es um eine Fläche geht, wo irgendwas auf einer Fläche drauf ist. So wie hier. Hier haben wir Muster auf einer geraden Fläche. Da funktionieren die immer super. Der F1 Tracker ist richtig gut. So, er ist aber auch ein bisschen langsamer. Schauen wir mal. So, und hier kommt genau das, was immer passiert. Das ist eben jetzt wie ein Aufkleber, der da am Asphalt drauf bickt. Und jetzt wird das Ganze perspektivischer, perspektivischer. Und jetzt ist es dann so groß, dass es nicht mehr in die Search Area reinpasst, in diesen äußeren Balken. Und dann geht es nicht mehr. Und wenn man die Search Area nicht eingeblendet hat, dann weiß man das nicht und man ärgert sich zu Tode. So, das Ganze kann man hier natürlich größer machen. Wir können aber jetzt hier auch einfach das Bild noch mal ein bisschen gerade rücken oder in die andere Richtung schräg machen. Und es ist nur wichtig, dass der Punkt hier in der Mitte gleich bleibt. Und das tut er. So, das Ganze hier mal weiter checken. Und da ist er jetzt tatsächlich abgesprungen. Gerade immer schauen, ob die Frames davor passen. Die passen. Und vielleicht einfach hier mal, was immer ein ganz guter Trick ist, das Ganze einmal ein bisschen skalieren, ein bisschen größer machen und dann nochmal checken. So, jetzt hat er es bis zum Ende getrackt. Hier kann er natürlich nicht weiter. Hier geht es dann aus dem Bild raus. Und damit ist der quasi perfekt durchgetrackt. Das geht mit dem F1 Tracker. F1 Tracker, der wird einem relativ schnell zum Liebling. Deswegen wird man ihn dann ganz gerne verwenden. Allerdings funktioniert er eben nicht bei dreidimensionalen Sachen, weil der F1 Tracker immer das ganze Bild verwendet. Und sobald da irgendwas dreidimensionales ist, zum Beispiel irgendein Grashalm oder so, der raussteht oder eine kleine Blume oder irgend sowas oder ein Stein. Wenn sich das seitlich bewegt, weil die Kamera sich seitlich bewegt, dann wird dieses Bild immer verändert werden. Und das kann nie einen positiven Tracker geben. Also selbst hier diese diesen Bruch im Asphalt würde ich da nicht verwenden wollen. So. Ja, wenn wir das Ding mal hier ein bisschen reif für ein Ergebnis machen. Und was nehmen wir da? Die Fenster sind auf jeden Fall hier dankbare Objekte. Das heißt, da einfach mal jetzt einen, nehmen wir den Lockout Scale, lassen wir es drin, den einfach mal hier tracken. Super, ist schon durchgetrackt. Dann wieder zurück. Dann die nächste Fenster, Fensterseite. Ja, da ist sie. Und dann wieder rückwärts tracken. Passt. Und das am besten so machen, dass viele Tracks von hinten starten und viele von vorne und in der Mitte wird sich dann schon hoffentlich genug treffen. Ja, so. Und was außerdem wichtig ist, wir haben jetzt hier die hauptsächlichen Tracker hinten. Das ist ganz okay. Aber das eindeutigste Ergebnis wird sein, wenn wir sehr viel in der Weite hinten haben oder beziehungsweise ein paar in der Weite und ein paar ganz weit vorne. Dann wird bei der seitlichen Bewegung natürlich, wie ich es euch am Anfang gezeigt hatte, da kommt einfach die meiste Tiefe zustande. Und dann kriegt ihr auch ein super Ergebnis. So. Das Ding hier könnte funktionieren. Schau mal. Genau. Das ist wieder zu sehr seitliche Bewegung. Deswegen werden wir da hier umstellen jetzt auf F ein. Und dann weiter probieren. Okay. Ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Mal machen wir das Ganze ein bisschen größer, dann hat er vielleicht ein bisschen mehr Kontrast. So. Und der will wirklich nicht ganz. Ein bisschen, ein bisschen rumspielen. So. Und checken. Jetzt kommt er. Schauen wir mal, wie lange. Ja. Hier ist die Correlation Time. Übrigens, die Bilder, die ich euch am Anfang gezeigt habe, waren mit einer Correlation von 0,75. Weil ich es da nicht eingestellt hatte. Das heißt, 0,95 ist halt schon nochmal einen ganzen Zacken schärfer. So. Und es gibt auch Presets, also Voreinstellungen bei den Trackern. Die habt ihr hier. Ganz beliebt ist sicherlich Blurry Footage. Das heißt, schnelle Bewegungen, wo das Bild unscharf wird. Und da werden bestimmte Sachen gleich richtig voreingestellt. Zum Beispiel auch, dass die Correlation runtergesetzt wird. Und unter anderem wird dann auch beim Match nicht auf Keyframe, sondern auf Previous Frame gesetzt. Das heißt, er versucht nicht den Anfang immer wieder zu erkennen, sondern immer nur das letzte Bild. Dadurch können dann eben auch Veränderungen im Bild besser funktionieren. Und das könnte man auch mal probieren. Setzen wir ihn mal auf Previous Frame und versuchen nochmal, dass wir den Kandidaten hier getrackt kriegen. So. Und auf einmal geht's. Super. Der ist auf jeden Fall jetzt hier unser wichtigster Punkt, weil der ganz einfach schön weit vorne ist und deswegen sehr viel Gutes beitragen wird, dass wir das hier sauber hinkriegen. So. Das Bild geht nach links rüber. Das heißt, ich bin jetzt ganz am Ende. Ich würde mal schauen, dass ich hier links was gebacken kriege und mir einen Punkt suche, der hier genau in der Ecke liegt. Und das wird noch interessant, warum ich das tue. Ich nehme mal da, das da und bin gespannt, ob der durchgeht. Gar nicht so schlecht. So. Mal hier, dass alles funktioniert. Sehr schön. Dann gehen wir da nochmal zum Ende hin und ich mache den einfach mal ein bisschen größer. So. und weiter in die Richtung. Haben wir da was gerissen? Ja, wir sind knapp vor Schluss und einfach nochmal ein bisschen hier die Formel verändern, deswegen nochmal ein bisschen größer und checken wir nochmal. da und schon sind wir durch. Einfach mit ein bisschen tricksen. Hier, der passt ganz genau wie die Faust aufs Auge und er wird uns nachher schöne Informationen über den seitlichen Verlauf geben. Deswegen habe ich den hauptsächlich gemacht. Da machen wir uns hier auch noch einen. Hier und Größe passt, glaube ich. Dann checken wir den Kandidaten. Ist zum Ende durchgegangen. Da hier zum Schluss, das passiert oft, dass er dann noch einen falschen Frame mitnimmt und deswegen hier, der ist noch super auf jeden Fall und danach, wir haben ja von hinten nach vorne getrackt, danach wegschneiden. So, dann sind da keine falschen Informationen vorhanden. Schau dir das an. So, schauen wir gerade mal. Das passt alles und da fängt dann an zu zittern. Das heißt, den Rest werden wir wegschneiden und löschen brauchen wir den aber nicht. Wozu die Informationen verschenken. So, wichtig ist auch, ihr braucht zu jedem Frame braucht ihr zumindest acht Tracker. Das heißt, wir haben hier einzelne Tracker, die gehen zwar nicht komplett durch, aber wichtig ist nur, dass nachher überall ständig zumindest acht anwesend sind, acht Tracker, die gerade irgendwas tracken. Okay, das heißt, wenn ihr acht Tracker habt, die wirklich komplett durchgehen, dann reicht das schon. So viele Tracker können natürlich auch den Brei verderben, ganz klar. So, ich mag diese Stelle hier, weil die schöne Bezugsgrößen uns nachher geben wird. Deswegen schaue ich mal, dass ich das hier noch ein bisschen ausreizen kann. Sehr gut. Passt. Und dann vielleicht noch das hier ist so ein bisschen halbwegs Unikat. Und da ist er schon fertig, ist das schnell. So, hat super funktioniert. Okay. Wir haben jetzt da vorne, wir haben hinten eigentlich so weit so gut. Das sollte nicht mehr viel passieren können. Schauen wir gerade noch hier das Dach, die Ecke da. Die wirkt sehr verführerisch. Wenn wir die nochmal rückwärts durchtracken hier. Und alles gut. Vielleicht nicht so ganz hundertprozentig, aber durchaus okay. Soweit wäre das jetzt mal fertig getrackt, vermute ich einfach mal. Ich werde jetzt wieder die Taste L drücken, um aus dem Log-Modus rauszukommen, damit ich hier vernünftig hin und her gehen kann. Und manchmal ist es ganz praktisch, dann die Taste M zu drücken, wie Martha. Und dann sehe ich hier die Bewegungen. Und manchmal zeigt mir das, wenn ich da einen blinden Passagier habe, bzw. einen Tracker, der fremd geht. Und ich kann auch die Tracker leichter zählen. Ist natürlich klar, das Blaue zeigt immer in die Richtung, in die der Tracker weiter geht und die Rote, wo er herkommt. So, es sind einmal acht Stück zumindest. da sind glaube ich immer noch acht. Alles gut, sieht gut aus. Und hier sehen wir auch die Relation. Diese Breite hier, von der Komplettdarstellung, die nächsten 20 Frames, die er zeigt, die ist wesentlich schmäler, nicht so breit, wie das hier. Und dadurch sieht man eben auch, wie Blender das nachher rausbekommt. Also weil es näher ist, ist einfach die perspektivische Verschiebung wesentlich stärker. Was man jetzt auch noch machen kann, ist hier reingehen und schauen, ob es irgendwelche Ausreißer gibt. Sieht aber eigentlich ganz okay aus, die Sachen verhalten sich halbwegs gleichmäßig. Das hier sieht zwar ein bisschen komisch aus, ist aber bei allen Trackern vorhanden. Und das macht das Ganze dann schon seriös. Das passt dann. So wichtig nur mal schauen, ob es Einzelausreißer gibt. Aber das sieht alles gut aus. Also sind mal hier X und Y und dann die jeweilige Darstellung. Die X-Achse ist eben der zeitliche Verlauf und die Y-Achse ist halt dann wie weit sich der Tracker bewegt hat beziehungsweise auf welcher Position im Bild er ist. Und da sieht man ziemlich viel. Ich hatte letztens dazu ein Video gemacht zum automatischen Tracken in Blender. Da ist dieser Graph ganz wichtig. Super. So Bild wieder einblenden und dann werden wir das Ganze mal solven. Man kann jetzt hier noch in Kamera kann man hier noch ein Preset eingeben. Wenn man weiß was man für eine Kamera hat. Ich habe früher immer die Nikon D3100 die hatte ich früher und scheinbar gibt es keine neuen Presets mehr. Das iPhone 5 ist das neueste was noch geht. Völlig egal brauchen wir nicht. Also wenn ihr da Presets habt dann ist das auf jeden Fall cool. Aber wir kommen auch ohne klar denke ich so und hier haben wir jetzt bei dem Reiter Solve kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang zurück. Hier kann ich nämlich sagen ob ich einen Tripod Shot habe. Wichtig ist wenn ihr einen Tripod Shot macht das heißt ihr habt keine seitliche Bewegung sondern auf einem Stativ aufgenommen oder ihr habt die Kamera wirklich so ruhig gehalten dass es wie auf einem Stativ ist dann könnt ihr Tripod Tracking machen kriegt dann allerdings auch keine Tiefe vermittelt aber da reichen dann schon drei Tracker rein von der Logik her müssen zwei schon reichen aber ich denke mal der dritte ist dann für den Abgleich da und das ist schon so dann hier eingeben passt auf er braucht eine kleine Starthilfe für die Formel und dafür müsst ihr ihm sagen wo zwischen welchen zwei Frames zwischen welchen zwei Einzelbildern ist die höchste Perspektive zu sehen bei den Trackern so und eigentlich hier ist relativ klar da geht der der Track unser guter Track geht da raus das heißt wir schauen dass wir den drin haben dann wäre das jetzt hier machen einfach frame 150 und dann an und für sich der letzte und dann nochmal eine richtig coole Tiefe das heißt da einfach dann 350 das ist ein ganz wichtiger Wert wenn ihr das hier zu dicht aneinander nehmt dann ist das schlecht kann euch schlechte Werte geben es kann sein dass ihr nach einen sehr guten solve error wert habt das heißt dann einen wert der euch angezeigt wird unter 1 aber trotzdem wird das ganze nachher nicht funktionieren das gibt ganz oft man darf sich da nicht nur nach den wert richten der unter 1 sein muss der dann gleich als Fehler rauskommen wird es gibt auch ein paar andere Kleinigkeiten so aber schauen man sich an als nächstes muss man ihm noch sagen was er zusätzlich selber finden und ausrechnen soll das ist zum einen die Focal Length das heißt die Brennweite vom Objektiv auf wie viel war das eingestellt ist beim Handy sowieso schwierig aber bei einer Spiegel Reflex Kamera zum Beispiel sieht man das ja so Standard 35 so wie ihr das bei der Kamera kennt von Blender dass die Focal Length die kann man sich suchen lassen und man kann sie aber auch selber eingeben das müsste dann hier der Fall sein bei den Kameradaten da können wir hier die Focal Length auch selber eingeben wir sagen jetzt aber er soll sie selber finden er soll das Optical Center selber raus finden das sind so Sachen die da kenne ich mit aus ich lasse ganz einfach mit suchen und Tripod Shot Footage wir haben gesagt bei welchen beiden Frames er die meiste Perspektive sehen wird und was er suchen soll nämlich alles die Focal Length kann man tatsächlich auch wirklich ausschalten wenn man sie nicht suchen will das ist völlig okay aber es ist davon auszugehen dass er das selber eh ganz gut rechnen wird deswegen kann man das alles suchen lassen kein Problem klickt nach auf Solve bei unserer Arbeitsweise natürlich ein durchaus gut zu erwartender Wert ist die meisten sind mit unter 1 zufrieden wir geben uns nur mit 0,23 zufrieden das ist auf jeden Fall ein super wert da kann man schon was mit anfangen man kann auch jeder Zeit noch Tracks hinzufügen und das Ganze dann einfach nachher nochmal säumen lassen das soweit gesagt so es kann sein blöd sagen wir hätten einen Error Wert ihr habt eine Bewegung im Bild so der Track bewegt sich und jetzt sagt der Error Wert aus um wie viel Pixel diese Bewegung in der Nachkontrolle der Rechnung daneben liegt das heißt theoretisch wenn er die Formel perfekt hätte müssten die Tracker in sich selbst auch zu Beziehung stehend also dass diese ganze Formel als ganzes Sinn macht müssten die alle perfekt übereinstimmen aber es ist in der Regel immer so 100% perfekt und diese Abweichung wird dann gesamt zusammengerechnet und euch dann als durchschnittlichen Wert angegeben wenn ihr einen Tracker habt der irgendwo daneben schlägt dann treibt er erstmal euren Durchschnittswert nach oben und deswegen ist der dann zu löschen deswegen zu viel Tracker verderbt den Brei und wir können dann hier ins Cleanup reingehen und wir können sagen wir wollen hier einen Error Wert haben oder er soll uns Tracker markieren die über einem Error Wert von 1 sind wir wollen sagen die sollen oder wir sagen die sollen selektiert werden kann ich jetzt sagen hier auf Clean Tracks gibt es natürlich nichts weil wir das sehr gut getrackt haben müssen runter gehen im Last Operator Menü quasi und irgendwie kriegen wir nichts so warte mal Clean Tracks gibt es nicht so sehen wir hier wo fängt das ganze an da bei 0,26 fängt das ganze an und das ist der eine Tracker den kann man dann eben löschen dann nochmal Solve Camera Motion machen machen was ist egal löschen mal den so zack und dann nochmal Kamera und jetzt haben wir einen zu wenig er sagt es müssen zumindest 8 Tracker vorhanden sein deswegen füge ich den jetzt wieder ein einer ist immer der schlechteste aber normalerweise ist das so wenn man hier 20 30 Tracker verteilt hat dann gibt es immer einen der einen Fehler hat vielleicht von 3 oder 4 hat wir haben jetzt einen der ist im schlechtesten Falle 0,26 also das passt so wir gehen ja nicht nur jetzt darauf ein was es alles gibt sondern wir gehen danach was ist sinnvoll wir haben das Ganze getrackt wir haben das Ganze raus ausgefiltert und sind jetzt zufrieden und haben jetzt hier die Möglichkeit die Sachen für Blender vor einzustellen das heißt zum einen wollen wir sagen Set as Background jetzt wird quasi das Footage was wir haben in die Kamera reingeladen dass wir das dort immer sehen in der Kamera und dann Set Up Tracking Scene da macht er jetzt folgendes er fügt jetzt die einzelnen Tracker Punkte die ihr hier seht die fügt er zur Kamera hinzu und legt da ein Object Säuber drauf dass die Kamera sich entsprechend bewegt das heißt wenn wir hier das Ganze abspielen dann sehen wir wie sich die Kamera bewegt ok das ist genau das was wir wollten ihr erinnert euch und hier können wir schon das erste Mal schauen und sehen die bewegt sich sehr gleichmäßig das passt wenn es Probleme gibt zappelt die nämlich wild rum gibt es auch sehr oft und was er auch noch gemacht hat ist er hat uns eine Plane und einen Cube hinzugefügt und das ist gar nicht so banal das ist gar nicht so banal das ist nämlich super das ist ganz wichtig da kommen wir gleich noch dazu und was haben wir noch bei den bei den Sachen hier wir können uns einen Punkt aussuchen ich nehme jetzt mal hier den Track und sage Set Origin das heißt er soll die Kamera mit den Trackern das als Origin Punkt in die Mitte hinsetzen ja jetzt seht ihr jetzt haben wir das Ganze ein bisschen mehr in der Mitte von dem Punkt aus dann auf den und dann sage ich vom Mittelpunkt aus soll das dann die x Achse sein dann dreht er das Ganze dementsprechend jetzt sehen wir die Kamera ist jetzt gerade geworden zu den Punkten ziemlich coole Sache da hat man gleich mal ein bisschen was erledigt und normalerweise könnte man jetzt von dem geradigt ist aber nicht notwendig so das sollte eigentlich mal reichen man kann ja noch Skalierungen vornehmen ist aber eigentlich nicht notwendig aber man könnte sagen wenn wir jetzt wüssten dass das hier nach da zwei Meter sind dann müsste man eigentlich diese zwei anwählen können sagt dort zwei ich habe das glaube ich und dann müsste er das da machen braucht man normalerweise nicht weil man kann einfach die kamera auswählen und kann da skalieren und alles skaliert sich mit hat keine negativen Auswirkungen also alles gut was man jetzt immer machen kann ist was mir jetzt gerade wichtig ist ich möchte ja diese Flucht hier über dem Bordstein haben damit ich das Bild alles gerade ausrichten kann und jetzt markiere ich Tracker beziehungsweise sind das hier sogar vier schön alle auswählen ja super und jetzt werden die mir hier dargestellt so da ist der andere und jetzt kann ich danach meine Szene ausrichten so ich nehme mal hier den Cube gerade seit Menü T dann hier auf Seiten nehmen Kamera wieder auswählen und es werden sofort wieder diese Tracker gehighlighted und jetzt gehen wir da in Seiten Ansicht vielleicht auf die 1 und rotieren das jetzt und schauen dass man das da so gerade einrichtet die sind schon mal nicht ganz hundertprozentig auf einer Linie nicht so schlimm dann die andere Seiten Ansicht und hier brauchen wir jetzt noch den Tracker den wir weiter vorne gesetzt haben das wäre der hier glaube ich genau das ist unser guter das hier mit den anderen selektieren schau und jetzt kann wir das hier super einrichten so die Straße ist tatsächlich nicht ganz gerade aber das hier ist jetzt schon mal eine ganz gute Basis so nochmal drauf Sicht und vielleicht gerade mal hier Z ja da macht die Straße dann einen leichten Bogen das heißt eigentlich müsste ich das Ganze so ungefähr rotieren ja die Straße geht hier so und macht dann so einen leichten Bogen und geht dann in eine Komplettkurve über und so ist das ausgerichtet und das ist tatsächlich verdammt wichtig das richtig auszurichten in den Achsen das ist extrem wichtig also ich habe wirklich schon einiges getrackt und das am Anfang komplett vernachlässigt aber Gott ist das wichtig macht das immer immer schön ausrichten die Kamera und dann ist alles super so dann wenn wir jetzt hier reinschauen dann sehen wir jetzt nicht viel weil wir im Z-Modus sind also im Wireframe Modus wenn wir so machen auch nicht so eine Sache so Material Ansicht und das ist jetzt ziemlich cool neuerdings dass dafür mache ich jetzt aber hier mal mache ich schon was neues auf oder ich ziehe das hier zumindest mal ein bisschen so schauen mal was der Outliner sagt und zwar hat er dort nämlich wichtige Einstellungen vorgenommen und ich sage euch worauf es dabei ankommt aber ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen weil das ein Fass ohne Boden ist also da kann man richtig viel machen bei diesen Sachen hier er hat jetzt bei der er hat jetzt quasi zwei Szenen angelegt oder Layer einmal hier unsere Scene Collection wo alles drin ist dann haben wir einmal den Foreground und einmal den Background so Foreground ist halt alles was dargestellt werden soll sprich der Cube und Background ist das was nachher die Schatten wo die Schatten drauf landen sollen das heißt wenn jetzt hier unseren Cube jetzt wenn man den gleich mal ein bisschen hier einrichten und da mal wohin setzen und vielleicht dass der halbwegs genau drauf ist so dass man da unten nichts mehr durch sehen Zack so so kamera kontrolle ja so kann man das machen jetzt ist in dem in dem vor ground ding hier ist der cube drin und im background eben die Schatten plane das was man die Schatten plane nennt ist eine plane wo der Schatten drauf landen soll und hier müssten wir jetzt eigentlich schon f12 drücken können die beleuchtung ist ein bisschen mies dann wäre mal ich füge da gerade eine beliebige hdi map hinzu und sage hier nochmal so und hier funktioniert das mit der Schatten plane nicht warum weil der automatisch zu einem shadow catcher objekt gemacht wurde wenn ihr das vielleicht aus anderen tutorials kennt ihr könnt hier bei den objekt sachen wenn ich hier mal nochmal die plane auswähle auf visibility gehen und dort seht ihr eine einstellung die seht ihr aber nur in cycles das ist ein bisschen blöd so hier objekt einstellungen visibility also sichtbarkeit und da ist shadow catcher eingestellt wenn ich das mal raus nehme seht ihr nichts das hat jetzt wieder den grund oh jesus ihr könnt hier bei filter oben bei diesem drücker ist ganz wichtig dass ihr euch anzeigen lasst was soll gerendert werden und was soll beim rendern komplett ausgelassen werden gänzlich ausgelassen werden okay die zwei sachen brauchen wir und dann sehen wir dass die background szene ausgeblendet werden soll beim rendern so wenn wir das dann wieder drücken dann ist es wieder zu sehen das ist jetzt ein bisschen blöd ich will nämlich nicht dass ihr da durcheinander kommt wichtig ist die plane die hier hinzugefügt hat die background also die shadow plane die wird immer grundsätzlich auf shadow catcher gestellt und das heißt bei cycles wenn wir da mal reinklicken dass da der Schatten nachher zu sehen ist so jetzt könnten aber dann mal f12 drücken man sollte mal sehen zuerst macht er jetzt hier den cube einmal also den foreground und jetzt macht er den background und dort haben wir den Schatten okay das hat man früher hat man das ein bisschen anders gelöst jetzt gab es aber dann seit neuestem eben dieses shadow catcher material und deswegen macht man das jetzt über den shadow catcher so viele ein aber es gibt ganz einfach sehr viele verschiedene sachen die dargestellt werden müssen so was ist beim vfx ganz wichtig compositing so klicken wir da oben auf compositing und auch hier wurden sachen vorbereitet was verdammt cool ist es wurde alles vorbereitet das heißt der clip ist drin und die entsprechenden zwei render die wir haben so da sehen wir hier das ist einmal der background und der foreground und jetzt um das ganze kurz durch zu gehen wir haben hier einmal das footage also unseren shot der wird dann einmal und distorted das hat mit der linsen krimmung zu tun das heißt das bild wird immer leicht durch die linse der kamera verzerrt so so ist das ganze bearbeitet so ist unbearbeitet das unbearbeitete sieht originale aus ist aber leicht gekrümmt irgendwo bei der straße zum beispiel diese krümmung muss blender rausrechnen warum blender muss die straße jetzt zum beispiel die bei der linse leicht gekrümmt wird begradigen weil wir mit mit den objekten die wir hinzufügen die sind geometrisch perfekt gerade und da wäre eine differenz deswegen muss über das antist 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 über das unstrecken also wenn strecken und das bild gestreckt wird und dafür rückwärts das muss damit gemacht werden das wird mit diesem node gemacht was hier ein bisschen das problem ist ist dass es nachher nicht rückgängig gemacht wird ganz wichtige sache fürs finish schauen wir sich da noch an auch wieder ziemlich cool so das heißt hier wird zwar dieser außenrand gestretched gekrümmt aber dafür ist das was zu sehen ist gerade ja was sind diese paradoxen sachen so was auch noch ziemlich cool ist was gleich macht automatisch eher passt das entsprechende video an die szene an wenn wir schauen ich hatte ein 4k video und rendermäßig ist aber alles hier auf hd eingestellt das werden wir zumindest irgendwie mal hier auf full hd machen im preset so jetzt ist das ganze auf full hd ansonsten würde das bild natürlich viel zu groß und wir würden wie eine art zoom sehen aber eher skaliert eben das viel zu große 4k bild dann runter auf das was bei der szene eingestellt ist weil die objekte werden ja auch so gerendert dass sie dieser größe entsprechen dann kommt als nächstes der schatten der schatten wird auf das bild drauf gelegt was jetzt hier nicht funktioniert aus einfachen gründen und zwar ist hier die hd imap zu sehen die hd imap die muss raus die größe sieht jetzt nur so komisch aus weil wir jetzt hier die auflösung umgestellt haben und blender hat aber noch die hd version drin deswegen sieht das ein bisschen komisch aus gar kein thema wir können das ganze nochmal neu durchrendern und wir müssen aber die hd imap verschwinden lassen das hintergrund environment und dafür gehen wir auf die umwelt nicht hier auf die rändereinstellungen und suchen dort film und gehen dann und jetzt sollten wir nur noch den schatten sehen ich render noch mal durch so das bild sollte relativ fix gehen jetzt dauert es natürlich ein bisschen länger in full hd da kommt der schatten und dann soll es gewesen sein mit den render leeren kann man verdammt scharfe sachen machen beim vfx aber ist ein bisschen komplizierter und jetzt sehen wir hier eben sehen wir das ganze hier unser objekt und den schatten wir sehen hier geht so ein leichter schatten in diese richtung das heißt wir müssen die map eigentlich noch drehen und das sollten wir vielleicht direkt als nächstes machen ja nachdem wir das hier durchgenommen haben das composite so das heißt wir haben unseren film als nächstes kommt hier das der schatten drauf das ist ein alpha over das heißt ihr gebt dort ein bild rein und dann könnt ihr ein bild mit transparenz direkt oben drüber legen das ist dieses alpha over note auch ziemlich coole sache und oft hilft auch wenn man die das vormultiplizieren drauf setzt rauf setzt dann sieht das manchmal noch besser aus und dann kommt jetzt hier oben drauf auf den schatten der würfel ganz einfach gesetzt so zack dann ist das fertig und was jetzt eigentlich weiß nicht warum sie das nicht standard mäßig drin haben was jetzt natürlich noch cool wäre wäre nachher das ganze wieder zu zu krümmeln das heißt ich könnte man einfach dieses und distorgen note nehmen kopieren das mit shift d setzen das dann da rein und setzen das dann auf distort also auf verzerren und jetzt sollte man diese diese ränder los sein haben jetzt quasi wieder gerade ecken und alles wird halt quasi wieder so am rand leicht verzerrt so wie es halt im original film dann auch ist und war und jetzt wieder sein wird meine güte so das ist das kompositing das war früher alles wie gesagt wesentlich komplizierter mittlerweile eine ziemlich einfache sache das heißt man hat ganz einfach seinen clip eben der wird vorbearbeitet dann wird der schatten drüber multipliziert dann kommt das objekt multipliziert und kann man natürlich noch bei der sonne und so weiter spielen man könnte aber hier zum Beispiel auch sagen man multipliziert das zweimal drüber ist meistens dann nicht ganz so schön kann aber hier so ein bisschen was machen wenn es notwendig ist sobald man unter 1 geht wird er wieder normal skaliert und man kann ihn da auf 1 rauf setzen ok super dann schauen wir und da müssten wir jetzt den schatten ausrichten und eventuell darf ich hier mal das weg machen hier im background in der collection da den holdout wegdrücken dann sehen wir den schatten dann sehen wir den schatten dann können wir den jetzt ausrichten also wie gesagt hier geht so eine ganz leichte linie lang von dem Laternen Mast der im Hintergrund sitzt und den kann man jetzt als Orientierung her nehmen idealerweise könnte man dafür auch eine Sonne nehmen ich habe jetzt nur eine hdi map genommen weil die normal schönere farben hat aber wir machen es jetzt mal mit einer Sonne so dafür setze ich den Himmel mal auf so ein leichtes blau keine Ahnung so nix profi und dann fügen wir eine Sonne hinzu eine Sonne so zack die mal rauf setzen und jetzt möchte hier so ein bisschen drehen denk mal so ungefähr war das geht dann wieder in die kamera und machen wir die noch ein bisschen stärker die Sonne vielleicht stärker sehen wir deinen Schatten ein bisschen besser und jetzt mit rotieren z können wir hier den Schatten so da vielleicht machen und vielleicht noch ein bisschen warte mal welche Achse ist das y so und rotieren z so dass der Laternenmast hier der Schatten halbwegs parallel ist mit dem Schatten vom Cube könnte man das könnte man das machen schauen hier mit der Stärke was da raus kommt wenn man das noch stärker macht das passt aber ziemlich gut so so ist ein bisschen sehr hell so vielleicht und jetzt wäre das Ganze eigentlich ganz gut vorbereitet was mich jetzt noch ein bisschen stören würde ist der Schatten hier das haut nicht hin der geht hier gerade weiter obwohl hier eine Stufe ist und da sind wir froh dass wir die Schatten Pläne haben und hier kann man jetzt sollte halbwegs ausgerichtet sein kann man reingehen Edit Modus machen dann Loop Cut rein da ist er und da ist er so setz ihn da mal dahin dass er dort beim Vortex Punkt passt und da ist der andere den habe ich jetzt selektiert und sage GG und slidet den ungefähr so lang dass er da so passt das Kantenselektion so sehen wir es am besten das haut halbwegs hin sehr gut dann schauen wir da mal von der Seite und vielleicht hier kurz mal auf diese Ansicht wechseln dann machen wir hier ganz einfach jetzt noch einen Cut rein jetzt haben wir da zwei aufeinander und jetzt können wir diese Fläche nehmen und ganz einfach GZ nach oben heben und da die Stufe rein machen und dafür müssen wir wieder in unsere Ansicht gehen und könnte man hier vielleicht sogar GZ so und durchsichtige Ansicht haut halbwegs hin so okay dann haben wir da die Stufe drin dann sollte das jetzt im Render Modus besser aussehen so ist sie nicht so auffällig können wir hier mal noch nehmen wir vielleicht eine Kugel dazu oh die ist groß zack so jetzt sehen wir das jetzt sieht das hier mit dem Schatten besser aus okay dann rechtsklick Shade Smooth hier beim Würfel vielleicht Bevel drauf Bevel ja wir schauen dann noch ein Bevel und den dann schwächer so nur dass wir da Spielerei drin haben so neues Material so funktioniert das jetzt oder nicht neues Material so jetzt haben wir da ein Zement und da können wir das Holz drauf machen zack okay ja das passt ja schon mal nicht schlecht okay cool so machen wir davon mal ein Renderergebnis da bin ich jetzt ganz gespannt so und hier sehen wir ein Problem der Schatten ist hier schon mit drauf warum weil ich hier wieder einstellen muss dass bei diesem kompletten Set der Background nicht gerendert werden soll wir haben nämlich hier zwei Sachen einmal den Foreground und einmal den Background so und dann ja auf das müssen wir unbedingt nochmal eingehen aber nicht jetzt ähm warte ich brauche den den Foreground brauche ich so den Foreground im Foreground soll der Background nicht gerendert werden meine Güte so darauf achten so na super das sieht man nicht schlecht aus der Schatten könnte man noch ein bisschen drüber multiplizieren könnte man noch ein bisschen stärker machen ähm was auch noch ist ist eine ganz witzige Sache und zwar das hier unten ist also ein bisschen hell und dafür kann man folgendes machen die Schattenplane auswählen und gibt dir ein Material dann sagt man ist komplett stumpf und nicht reflektiv am besten und die Farbe dunkel dann seht ihr gleich dass hier unten die Kante dunkler geworden ist ja da ist hell und da ist dunkler bringt dann auch wieder gleich so ein bisschen ähm Realismus mit rein und darum geht es ja bei der ganzen Sache so jetzt kann man sich da reinsetzen was man will ja ähm das sind jetzt mal hier zwei Beispiele und äh schauen wir nochmal zu den Rendereinstellungen wenn wir jetzt das ganze ausgeben wollen dann natürlich auf cycles optimalerweise GPU wenn das bei euch geht wenn ihr entsprechende Grafikkarte habt meine schafft es gerade noch so und ähm dann gibt es eine Sache die recht interessant ist und zwar Adaptive Sampling Adaptive Sampling bringt einiges wir werden da einmal mitrendern wir sehen jetzt hier wir haben im letzten Mal 32 Sekunden gebraucht ich hoffe dass wir das mal durchgerendert hatten und jetzt machen wir das ganze mit Adaptive Sampling und da ist er in den leeren Bereichen wesentlich schneller also selbst beim drüberhuschen und hat das jetzt hier fast in der Hälfte der Zeit gemacht das ist eine ähm ziemlich wichtige Sache nur das ganze hat natürlich auch wieder einen Haken und zwar werden die Schatten die Schatten dann nicht ganz so schön ja da ist dann ein bisschen ein bisschen grisseliger weil er die Schatten nicht immer komplett durchrendert ab einem gewissen Wert sagt er ah hier kommt Adaptive Sampling zum Einsatz und dann macht er da eben nicht so viel deswegen ähm wenn man darauf verzichten kann Adaptive Sampling weglassen ich nehme es aber tatsächlich auch sehr oft mit rein Denoising also Entrauschen des Bildes kann man machen aber ich bin bei Animationen nicht so ein Fan davon das Bild ist auch nicht ganz frei vom Rauschen unser Footage unser Video was wir aufgenommen haben das Problem ist aber dass das Rauschen was man dann ziemlich oft im Schatten zum Beispiel sieht dass das statisch ist das flimmert nicht die Punkte die man dann sieht die sind eigentlich immer ziemlich gleich und zwar ich zeige euch das mal indem ich hier bei Render bei dem Sampling mal runtergehe die Render Samples sollten bei sowas hier da reicht 100 Samples normalerweise aus maximal 300 ok ich gehe jetzt mal bewusst runter weil ich will dass die Schatten ein bisschen blöd aussehen da schon fertig so und hier sehen wir das Rauschen das seht ihr ganz bestimmt dieses Rauschen wird jetzt wie eine Rauschmatte über diesem Bild drüberlegen und ihr könnt dieses Rauschen aber ganz einfach animieren und dann ist es wie ein Filmrauschen und fällt fast gar nicht mehr auf das ich meine viele machen es so die haben ein perfektes Ergebnis und legen dann noch mit Absichten Rauschen drüber wir brauchen das nicht unbedingt und zwar kann man sich den Seed Wert raussuchen das ist der Seed Wert das ist der Wert wo er quasi anfängt die Lichter von der Kamera abzuschießen das ist im Renderprozess ja wird es kompliziert aber wichtig ist ihr könnt diesen Wert natürlich ja manuell mit der Taste I und so animieren oder ihr klickt ganz einfach hier die Uhr und dann wird zu jedem Frame ein anderes Seed genommen und dann habt ihr das Rauschen animiert und das ist dann meiner Meinung nach recht realistisches Filmrauschen ihr könnt auch ein Filmrauschen kaufen als Animation ich finde das ein bisschen gaga ehrlich gesagt man kann ja einfach das Rauschen von Cycles selbst nutzen und ich stelle mal hier wieder zurück auf 100 und dann dann passt das so was brauchen wir noch alles wichtig eigentlich würde ich sagen bei den Light Path hier die Kaustiken ausstellen die braucht ihr nicht solange ihr da kein Glas habt oder irgendwas und was auch noch ratsam ist Direct Lightning Direct Light hier einen Clump Wert auf 2 zu setzen das ist ganz einfach ihr könnt eventuell beim Rendern irgendwie sag ich mal kennt ihr das habt ihr bestimmt schon mal gesehen dass ihr so einzelne helle Lichtpunkte drin habt und die könnt ihr damit wegbrechen würde ich empfehlen ja so und dann gehen wir das ganz ganz einfach aus jetzt hier hätte ich das in Full HD gemacht und die Frames hier ist ja schon alles voreingestellt und ihr könnt das ganz als Video ausgeben dann müsstet ihr allerdings hier die Frame Rate sagen wenn ihr das als Einzelbilder ausgibt ist das natürlich egal das sind einfach nur Bilder und hier ich würde dann halt auf 60 Frames per Second gehen und dann ja hier ein Video Format einstellen würde ich normalerweise hier das FFM Pack geben und dann hier beim Encoding würde ich sagen H264 in MP4 das solltet ihr machen ist immer blöd weil man klickt drauf und eigentlich möchte man dass es dann weg geht aber es bleibt immer da man weiß nicht ob man es richtig gedrückt hat hier dann einfach nachschauen MPEG 4 H264 ist ein super Format und das ist alles gut eingestellt ja dann passt das Format hier noch sagen wo es rauskommen soll wenn ihr eine kleine Systemplatte habt bei mir geht das dann immer in den Renderordner rein und ich überlege gerade ich schaue gerade nochmal wie lange das hier braucht zum Render weil dann lasse ich das direkt gleich laufen und zeige euch das dann ja auf was haben wir jetzt alles aufgepasst dass die Tracker richtig eingestellt waren dass wir gut getrackt haben und dass hier die Gepflogenheiten passen das heißt die Schattenplane die Stufe haben wir mit rein gemacht und man kann natürlich noch vieles mehr man kann das Haus hinten nachmodellieren weil wir dort auch Tracker haben man kann halt auch mit Trackern ziemlich gut nachmodellieren habe ich auch schon gemacht und dadurch wirklich was weiß ich hinten irgendwas hinmachen und hat dann noch Schattenplane und alles mögliche da gibt es so viel und das ging schnell ich werde das ganze mal ich mache mal hier HD und lassen das ganze mal durchrendern und vielleicht hier einen vernünftigen Ordner einstellen ich mache es mal auf Downloads so dann sagen wir wie das heißen soll das wäre bei mir Track 5 einfach so und Video Ausgabe passt so dann wollen wir das rendern ich gebe das hier direkt gleich als Job rein Render Render Animation und dann rennt das ganze Ding durch und wir können uns das dann nachher dann gleich anschauen so das letzte Frame ist durch dann schauen wir da mal nach gerade mal hier anwählen so da haben wir es ja gut Qualität ist ein bisschen ein bisschen verlustfreier vielleicht rendern sollen aber so haben wir das Ding getrackt die Schatten sehen ganz gut aus das passt mir eigentlich und damit ist das mal das Ergebnis von diesem Tutorial so machen wir kurz nochmal einen Abstecher zum zu dem anderen Video hätte ich ja fast vergessen hier VFX neue Datei aufmachen und dann das entsprechende Footage reinladen das sollte dann dieses sein und das ist jetzt hier ein Tripod Track machen wir das ganze wieder wie am Anfang das heißt einmal Set Scene Frames und Prefetch dass die Bilder reingeladen werden wird bei mir jetzt wieder 20 Sekunden ungefähr dauern oder auch nur 5 Sekunden gut so dann haben wir das mal drin und wir sehen einfach nur Kamera nach rechts gedreht dann unten oben geht natürlich genauso ich habe das so gemacht dass ich die Kamera das Handy quasi bei der Linse so steif wie möglich gehalten habe und dann wirklich auf der anderen Seite nur so hin und her gekippt habe dass das möglichst wirklich die Linse auf einem Punkt sitzt und das ganze ein Tripod Tracker wird machen wir hier mal die schnelle Methode zum tracken das heißt was machen wir da Detect Features brauchen wir da hier haben wir das sagen wir Detect Features jetzt sucht er halt nach bestimmten Sachen das hier beim Busch das können wir gleich das können wir gleich eigentlich mal sein lassen aber egal machen wir es mal so machen wir es mal so und alle sind markiert und deswegen kann ich hier gleich alle gleichzeitig mal durch tracken ok dann sind wir jetzt am Ende und ich müsste aber hier noch was suchen was da rechts ist da am besten und dann sage ich wieder Detect Features ok und dann geht das ganze einmal in die Richtung getrackt ok und vielleicht hier da so und dann in die andere Richtung nochmal tracken so und dann hier die Methode wieder schauen wo sind Querschläger drin ist natürlich da bei dem ins leere klicken ich will alle deselektiert haben so ich hoffe das ist jetzt der fall der gehört weg der alles was hier aus der Reihe schlägt der auch und so geht dann quasi das halb automatische checken der 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 geht bloß der müsste passen der auch das müsste es warte da war einer der da der kommt einfach aus null heraus das müsste passen und hier was zur mehrere track okay dann ist das dann ist das okay genau der könnte weiter vorne sein könnte sein gut sieht alles ein bisschen gleichförmig aus und dann wäre es das schon gewesen gerade mal hier reinschauen vielleicht also ganz traue ich dem Braten noch nicht so hier hat er tatsächlich den Busch getrackt und das auch noch erfolgreich die Frage ist natürlich ob sich das bewegt hat aber ich glaube es war windstill so super und so kann man das machen so da haben wir das eigentlich schon fertig so schnell kann es in zwei Minuten gehen und dann sagen wir hier Tripod dann brauche auch keine Keyframes mehr um Perspektive zu erkennen das hier kann man von mir aus alles machen und dann solfen wir das und haben 0,43 wird auch dem geschuldet sein dass wir so viele Tracker haben und das ist alles ganz nett aber wir schauen jetzt mal ob drei Tracker reichen alles löschen und ich mache hier einfach den da und den da und den da so alles auswählen und tracken oh da haben wir einen verloren das ist jetzt aber blöd warte mal ah der ist da außerhalb und der geht da unterhalb so da haben wir sie dann tracken wir dann nochmal in die Richtung okay kein Problem so dann nehmen wir hier einfach nochmal am Ende ein bisschen was dazu nehmen wir den da und den da von mir aus die zwei anwählen rückwärts tracken so jetzt wollen wir schauen dass wir jederzeit drei aktiv haben da sind drei da sind mehr drei vier okay das müsste reichen und wer hätte das gedacht es reicht und wir haben sogar einen besseren errorwert 0,33 und das ist eben der Unterschied mit dem Tripod da reichen eben drei aus und dafür wird jetzt hier eben bei der dreidimensionalen rekonstruktion eben nicht mehr sehr viel passieren set as background set up tracking scene und weiß nicht wie wir den hier als als origin punkt nehmen das war es dann aber er sollte jetzt nicht in der Lage sein hier eine Achse zu machen geht auch gar nicht mit drei tracker punkten und wir sehen jetzt nämlich auch hier die die haben alle quasi denselben Abstand da erkennt er natürlich keine Tiefe mehr und die sollten alle im Radius nachher im Mittelpunkt die Kamera haben also die sollten alle denselben Abstand haben zur Kamera und man hat hier auch wieder eine Schattenplane man könnte das Ganze sich dann eben hier zurechtbauen so und dann durchschauen und hier das dann eben alles manuell anpassen so ist nicht unbedingt mein Weg aber ich versuche es gerade mal so geht's jetzt so da dann wieder die Kamera nehmen wenn man alles rotieren will am besten einfach die Kamera nehmen und die drehen so dann den Cube ein bisschen kleiner so da taucht er ein dann gehe da hinstellen dann braucht man wieder eine eine Beleuchtungsquelle eine Lampe Sun und die dann so wieder ungefähr hin sind wir in Cycles nein Cycles können wir gleich schauen ob er hier wieder alles hergerichtet hat für die Szene nein wir müssen noch auf Transparenz stellen das ist Transparenz Transparenz das ist blöd dass er das nicht von vornherein macht Film ja transparent so jetzt und dann sollte das jetzt nochmal funktionieren genauso wie wir das kennen und hier haben wir es dann ja wie gesagt kann man machen aber ihr seht schon es ist dann halt mit Ausrichten so eine Sache wo man ein bisschen raten muss ähm ja schwierige Sache also meins ist es nicht aber man kann es so machen man könnte das jetzt eben wie gesagt ähm animieren gehen wir da einfach mal auf einen anderen Frame so kurz schauen wo haben wir da was da so der Frame und rennen den mal durch vielleicht mal auf Full HD so ja und das Ding sollte jetzt immer auf derselben Stelle stehen weil äh sich ja nur die Kamera bewegt ja und steht hier vorne ziemlich beim Streifen schauen wir ob wir das nochmal hinkriegen wenn wir da hier irgendwo anders hingehen so da und nochmal rendern ja steht circa hier ist der Mittelstreifen ja so funktioniert das wie gesagt mein Tripod Track ist aber nicht meins man kann Tripod Tracken eben auch ziemlich gut nehmen um Sachen raus zu maskieren das heißt äh sagen wir jetzt mal hier würde ein Auto stehen ja dann kann man das da eventuell eben maskieren mit Maske arbeiten das führt jetzt allerdings zu weit und dafür ist das Tripod Tracken eher wenn man nachher wirklich zweidimensional etwas machen möchte aber ihr seht hier theoretisch geht es auch mit dem Cube ähm ist nur bei weitem nicht so schön zum Arbeiten und bietet dann auch nicht so viele Möglichkeiten deswegen mache ich immer das dreidimensionale Tracken macht mehr Spaß kann man mehr coole Sachen mitmachen und ähm das mal so der Überblick wenn ihr äh sowas machen wollt und wirklich dreidimensional tracken wollt dann stellt sicher dass ihr vorwärts oder seitwärts Bewegungen drin habt wenn das zu dem entsprechenden Shot den ihr machen wollt nicht passen sollte dann hängt einfach ein paar Sekunden Clip ran und geht dann zur Seite ihr müsst ja nachher diesen letzten Teil nicht rendern aber ihr könnt ihn eben nutzen um äh Tiefeninformationen zu gewinnen und dass das wirklich auch nachher funktioniert mit dem ähm mit dem Tracken das ist halt wirklich wichtig achtet auf die Perspektive achtet darauf dass ihr eine gescheite Kamera habt oder ein gescheites Handy das am besten bei maximalen Details bei maximalen FPS aufgenommen wird dass es helles Wetter ist dass einfach das Bild dann auch schön scharf wird und äh weniger Rauschen enthält dadurch kann man dann einfach auch am besten tracken und nicht so schnell bewegen kommt aber im Endeffekt auch auf die Kamera an bei mir ich habe schon ausprobiert beim iPhone da kann ich wirklich rennen und das Bild bleibt trotzdem irgendwie noch halbwegs stabil ähm werde ich jetzt aber auch mal probieren wie das beim Rennen nachher ist wenn diese ganzen äh Nachbearbeitungen greifen ob Blender dann nachher noch was rausrechnen kann oder ob quasi dann das Bild zu sehr nachbearbeitet wird da werde ich dann auch ein Video dazu machen und ja wenn ihr zu dem ganzen Thema noch Fragen habt das war jetzt einfach mal ein Umriss und wirklich auch noch mal so die absoluten Basics aufzugreifen das sollte soweit klar sein wenn da noch was ist dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare dass ich dann nachher darauf eingehen kann weil ein Problem ist es eigentlich nicht es ist dort alles sehr leicht möglich ihr habt es jetzt gesehen wenn euch das gefallen hat gebt mal wieder einen Daumen nach oben wenn nicht dann zwei Daumen nach unten und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video macht's gut und dann